Hallo, hallo, hallo. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Ich sitze heute am Schreibtisch und schreibe ein wenig am Buch für Max Hopp. Großer Gott. Ja, da ist die Bombe geplatzt. Ich schreibe ein Buch für Max Hopp. Was eine Überraschung, oder? Max Hopp, der Data, der da. Das Buch wird dieses Jahr noch erscheinen, aber da halte ich euch natürlich noch auf dem Laufenden. You gotta get into the groove. Und weil ich heute am Schreibtisch sitze, kann ich natürlich jetzt nicht sofort Projekt 80 pflegen, aber das kommt nachher noch. Nachher wird noch Sport gemacht. Ganz, 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 ganz sicher. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 So, der Tag ist nun zu Ende. Ich bin nun echt müde. Sieht man das, dass ich müde bin? Ich habe meinen Sport gemacht und jetzt kann ich schnell unter die Dusche und ab in die Kiste. Schon spät genug. Schon nach 22 Uhr macht man so in meinem Leben. Morgen muss ich wieder fit sein. Morgen ist Tag 110. Cheerio mit Sophie. Bis morgen.